Hallo zusammen, zurück auf GILI TV im 2021. Die erste Sendung ist in Vorbereitung, und zwar Any Frame. Wunderschöne Songs und interessante Geschichten und ein paar wunderschöne Bilder. Und ich freue mich jetzt schon am 3-Königstag hier auf GILI TV Any Frame. Es ist Nome, 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 Nome. GILI TV, das Internet TV für Künstler, Kunst und Musik. GILI TV